In der heutigen Podcast-Folge zeige ich dir meine grössten Learnings vom Greater Festival 2023. Was habe ich vor Ort erlebt, was waren meine Highlights und was nehme ich mit für die erfolgreiche Verhandlungsführung? Darum geht es in der heutigen Folge. Und los geht's! Hallo und herzlich willkommen beim Erfolgreich Verhandeln Podcast. Hier ist wieder dein Host, Frederik Mathier. Und ich bin gerade frisch aus Köln gekommen. Also nicht ganz so frisch, weil es ist Montagmorgen. Ich bin gestern zurückgereist aus Köln. Transparenz im Podcast. Heute ist der 31. Juli. Und ich habe mir gedacht, ich muss jetzt unbedingt ins Büro und die grössten Learnings vom Festival aufzeichnen, damit ich das selber nicht vergesse und dass du auch noch was davon hast. Es war ein unglaubliches Festival. Ich weiss nicht, ob du Greater kennst. Greater hieß früher Gedanken tanken. Die machten jedes Jahr ein Festival. Das war jetzt dieses Jahr das zweite Mal. Ich habe schon letztes Jahr vom ersten Festival auch eine Folge aufgezeichnet mit den grössten Learnings. Und habe gedacht, das mache ich dieses Jahr wieder, damit ich das selber hören kann. Und damit auch du, wenn du nicht am Festival warst, so quasi ein paar Punkte mitnehmen kannst für dich, dein Leben und deine Verhandlungen. Ja, was ist das Greater Festival? Das Greater Festival, das findet in Köln statt. Das geht zwei Tage. Es hatte über 100 Speaker aus den verschiedenen Bereichen. Business, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Das hat mehrere Bühnen und es hatte dieses Jahr 16'000 Leute in diesem Stadion. Und das war schon mal unglaublich, diese Energie zu spüren, diese ganzen Menschen zu sehen. Für mich natürlich, ich bin selber Speaker, sehe das natürlich noch ein bisschen anders. Ich schaue immer, was für Übungen machen die mit dem Publikum, wie starten die Leute, wie machen sie das Storytelling und so weiter. Aber das sind so, da setze ich halt den Fokus drauf, weil ich da selber als Speaker unterwegs bin. Aber ich nehme dich heute mal mit, warum es vielleicht auch für dich Sinn machen würde, an diesem Festival vielleicht nächstes Jahr dabei zu sein. Und was so meine grössten Learnings sind. Was ich mache, ich schreibe mir die Punkte immer auf. Also dieses Jahr war Tony Robbins da am ersten Tag. Im Nachmittag hat er einen Workshop gegeben von vier Stunden. Da habe ich das komplette Notizbuch vollgeschrieben, das wir da von Greater zur Verfügung gestellt haben. Das komplett voll. Ich habe da mal zwei, drei Punkte rausgenommen, die ich gleich mit dir teile. Und sonst habe ich da auf dem Handy so meine grössten Learnings aus verschiedenen Vorträgen. rausgepickt und habe jetzt gerade mal so alles da auf meine Notizen-App angeschaut und zwei, drei Punkte rausgenommen, die sicher auch für dich spannend sind. So, kommen wir mal zum Learning Nummer eins. Learning Nummer eins ist auch hier wieder das Network. Also es war unglaublich, wie viele Leute ich getroffen habe. Ich habe es gedacht, ich schätze das mal, ich glaube, ich habe mit über 200 Leuten gesprochen. Und zwar nicht nur Hallo, wie geht's und was machst du so, sondern richtig intensiv gesprochen. Also du hörst es auch an meiner Stimme. Die ist noch nicht so 100% wieder da. Ich habe das ganze Wochenende so viele Menschen kennengelernt, mich mit so vielen Leuten getroffen, die ich in Seminaren, Weiterbildungen kennengelernt habe. Mit Kunden, mit Geschäftspartnern, mit Menschen, ja, wo mich sehr vieles verbindet. Das war richtig, richtig, richtig toll. Und diese Gespräche an diesem Ort zu führen, ist halt so, dass halt, ja, es ist Sommer. Die meisten nehmen sich bewusst Ferien für das und du wirst halt zwei Tage inspiriert. Und ja, das ist halt jeder irgendwie gute Laune. Jeder war, ja, war irgendwie happy. Der Energielevel war extrem hoch und da sind halt die Gespräche natürlich auch sehr viel besser. Ich habe sehr viele Leute kennengelernt, ein paar neue Podcast-Interviews vereinbart. und da wirst du sicher auch was davon mitkriegen. Also das war mein erstes Learning, das Network. Und du hörst es auch an meiner Stimme. Und am zweiten Abend war dann noch die Aftershow-Party. Und ja, ich wollte ursprünglich meinen, diese Podcast-Folge in Köln im Hotel aufnehmen. Aber dazu ist es nicht mehr gekommen, weil ich bin irgendwie im 10 mit dem Zug zurück in die Schweiz. Und ich bin knapp ein paar Stunden vorher erst nach Hause gekommen, weil die Aftershow-Party, die war richtig, richtig gut. Wenn du bei Instagram mit mir verbunden bist, dann hast du gesehen, morgens um vier hat der CEO von Greater sich hinter das DJ-Pult noch gesetzt und noch ein paar Lieder zum Besten gegeben. Das war richtig, richtig eine gute, tolle Party. Also mal das Learning Nummer eins, das Network. So dieses, ja, das zu pflegen, wenn es so Events gibt, wo halt, sagen wir mal so von deiner Zielgruppe oder von deinem Netzwerk viele Leute da sind, dann macht das Sinn, halt diese Zeit zu nutzen, um sich auszutauschen. Also ich habe mich mit so vielen Leuten getroffen, rund ums Festival, jede Möglichkeit wahrgenommen zu essen, was zu trinken, sich irgendwo draussen zu treffen. Also für das war das Festival grossartig. So, dann sind verschiedene Speaker gekommen. Ich nehme so mal einen Punkt mit von Tag eins, so zum Learning Nummer zwei. Und was habe ich von Tony Robbins gelernt? Wenn du Tony Robbins noch nicht kennst, kann ich dir den Film auf Netflix empfehlen. Er heisst, glaube ich, I'm Not Your Guru. Wenn du noch nie was von Tony Robbins gehört hast, was ich fast nicht glaube, dann bekommst du da sicher einige Inputs. Und Tony hat ein Modell da gezeigt, wie du quasi deine Ziele erreichen kannst. Und er hat so gesagt, ja, es kommt alles auf deine State drauf an, auf deinen Zustand. Und wie kannst du deinen Zustand bei dir, wie kannst du das verändern? Das ist zum ersten Mal die Physiologie. Und das andere ist der Fokus. Weil, so wie du, ja, was für einen Zustand du hast, was für eine Emotion du drin bist, da hat er gesagt, ja, Emotion, dort steht das Wort Motion drin, das heisst Bewegung. Das heisst, wenn du in Bewegung kommst, und zwar durch Emotionen, wenn du in Bewegung kommst, dann passiert dann Actions, das hat einen Einfluss auf dein Verhalten, also Actions, und aus Actions gibt es schlussendlich Resultate. Und da mal so zum Start so, ja, was kannst du jetzt beeinflussen, den Zustand? Du kennst das sicher auch, ich selber jetzt auch heute Montagmorgen, sehr müde, sehr, der Kopf ist voll von Input, sehr wenig geschlafen, also vor allem der zweite Abend. Und, ja, wie kannst du jetzt das beeinflussen? Diese Physiologie ist halt, wenn man in Bewegung kommt. Und was ich jetzt zum Beispiel heute Morgen gemacht habe, ich bin heute Morgen zuerst mal ins Gym gegangen, ins Fitness, bevor ich den Podcast aufgenommen habe, dass ich ein bisschen in Bewegung komme. Und da kannst du halt deinen ganzen Zustand verändern, wenn du in Bewegung kommst. Du kannst damit wirklich deinen State beeinflussen. Das heisst, wenn du auch vor einer Verhandlung oder so nervös bist, dann mach was mit deinem Körper. Geh zum Beispiel spazieren. Du kannst verschiedene Atemtechniken machen. Und du kannst deinen Körper in Bewegung bringen, damit du dann nicht so reinkommst und aussiehst wie so ein trauriger Kartoffelsack mit hängenden Schultern, traurigem Blick und so weiter, weil dann wird es schwierig, andere Menschen zu überzeugen. Das heisst, deine Körperhaltung und so, das hat alles mit deinen Emotionen zu tun, wie du dich verhältst, was du ausstrahlst. Und Toni hat da einige Beispiele gebracht. Der Typ hat irgendwie sehr viele berühmte Menschen auch gecoacht. Und dann hat er so eine Geschichte erzählt von Andrew Agassi, der bei Wimbledon gewonnen hat. Und dann hat er ein Team, ein Tief, ein paar Jahre später, und dann hat Toni ihn gecoacht. Und dann haben die im Prinzip gesehen, wie hat er sich verhalten, wenn er aufs Feld gegangen ist. Was hat er so für eine Physiologie, für eine Körperhaltung? Als er auf dem Feld war, als er Wimbledon gewonnen hat. Und dann, was hat er für eine Körperhaltung? Wie ist er aufs Feld gekommen, wenn es nicht mehr so gelaufen ist? Und das waren zwei komplett verschiedene Menschen, also von der Haltung her. Und das beobachte ich auch immer wieder, wenn ich so Verhandlungstrainings mache. Ich beobachte es auch, wenn ich so Prüfungen abnehme, wenn ich als Prüfungsexperte unterwegs bin beim Einkaufsverband. Du siehst den Leuten an, wenn sie so reinkommen in den Raum, wie die Körperhaltung ist. Und wie die Körperhaltung ist, beeinflusst natürlich auch, wie durchsetzungsfähig du dann bist, wie überzeugend, wie begeisternd du bist. Also da kannst du natürlich einiges machen, um deine Physiologie, deine Körperhaltung, da positiv zu beeinflussen. Dann zum Beispiel so mit der Powerpose, die Toni immer lernt, so Hände in den Hüften, aufrecht stehen, Brust raus, Arschbacken zusammen und dann den Blick nach oben, das ein, zwei Minuten so halten und dann hat das einen positiven Effekt auf deinen Körper. Oder auch, wenn es zum Beispiel Konflikte sind, wenn du es mit Mitarbeitern oder mit sonst jemandem Konflikt hast, da hilft natürlich auch, wenn du zum Beispiel spazieren gehst nebeneinander, dann seid ihr beide in Bewegung. Das hat einen Einfluss auf eure Emotionen und dann kann man Sachen ansprechen, wo wahrscheinlich, wenn du irgendwo am Tisch sitzt, vis-à-vis zwei Meter Abstand, wo dann halt schwierig ist, weil da ist fast keine Bewegung da und es ist vor allem bei Konflikten besser, wenn du da unterwegs bist und läufst. Also das war so das eine Learning, wie du einfach dein State beeinflussen kannst, vor allem mit der Körperhaltung, mit der Physiologie. Der zweite Punkt war, wo du deinen Zustand verändern kannst, ist Fokus. Und da hat Toni gesagt, 90% der Leute fokussieren sich auf das, was fehlt, was nicht da ist. Das kennst du wahrscheinlich auch, wenn so dann am Ende vom Monat auf deinem Konto nur noch Monat ist, aber kein Geld mehr, dann fokussierst du dich auf das und dann ist am gleichen Tag dann vielleicht noch schlechtes Wetter und am gleichen Tag verpasst du vielleicht noch den Bus oder und so weiter und dann fokussierst du dich auf alles, was fehlt. Jetzt hat mein Chef nicht das gemacht, mein Kunde hat noch nicht zurückgerufen und das Wetter ist auch schlecht und Urlaub hatte ich auch schon lange nicht, mehr und so und dann. Und dann bist du so voll in dieser Negativität drin und fokussierst dich auf alles, was fehlt. Und das machen mehr als 90% der Leute. Und das erlebe ich in den Verhandlungen auch immer wieder. Da gibt es Leute, wenn wir so in der Verhandlungsvorbereitung sind oder so im Training sind, gibt es die Leute, die fokussieren sich auf, ja, was hat denn die andere Seite alles für bessere Sachen. Die sind am längeren Hebel, ich kann doch nichts tun, die haben mich eingeladen, die haben das gesagt und so weiter. Man fokussiert sich eben nicht auf das, was du hast, auf deine Position, was ist denn deine Stärke, was spricht denn für die Zusammenarbeit mit dir, was ist denn dein Angebot, dein Vorteil, dein Mehrwert, sondern man fokussiert sich sehr oft auf, was nicht geht, warum es in der Vergangenheit nicht geklappt hat, also alles das, was fehlt. Das heisst, fürs Verhandeln, auch in der Vorbereitung, und da gibt es bei mir bereits einige Podcast-Folgen, und auch in meinem Buch, habe ich ein ganzes Kapitel, so die Big Five, für die Vorbereitung geschrieben. Da findest du einige Punkte, wo du eben in der Vorbereitung halt den Fokus auf deine Seite legst, auf deine Forderungen, deine Argumente, deine Position, weil du kannst nur das verändern und beeinflussen, was ja bei dir ist. Es gibt viele Sachen, die kannst du nicht beeinflussen. Es wird Überraschungen geben in der Verhandlung, es wird Positionen geben, die du nicht siehst, es werden Sachen angesprochen, die du vielleicht nicht vorbereitet hast. Und wenn du halt in diesem Fokus, bei dem Verhandeln, in der Vorbereitung, nur dich auf das fokussierst, was fehlt, oder was du eben nicht hast, dann gibt es halt einen negativen Touch, dann bist du halt nicht in einer Position der Stärke, sondern dann bist du nur im Mangel. Wenn du dich auf das fokussierst, was du beeinflussen kannst, was du hast, was für dich und deine Position spricht, dann bist du in einem ganz anderen State, in einem ganz anderen Zustand und daraus ergibt sich eben gemäss Tony, dass Actions und Actions führen zu Resultaten. Also für die Verhandlung da die zwei Punkte, die Physiologie, dass du mit Körperhaltung und so sehr viel beeinflussen kannst, auch wie das Erscheinungsbild dann natürlich ist, deinem Gegenüber, wie du daherkommst, wie du deine Emotionen steuern kannst und das andere ist halt, auf was du dich fokussierst. Und das gibt dann einen anderen Zustand, einen anderen State und wenn du halt in einem sehr energischen State bist, Energie hoch ist, du dich auf das fokussierst, was du anzubieten hast, dann verhandelst du halt einfach auch besser und das gibt dann bessere Verhandlungsresultate. Das war so der Punkt, den ich dir hier in dieser Folge gerne mitgebe, was ich da von Tony Robbins aus diesen vier Stunden waren, das mitgenommen habe. Es gibt noch vieles, vieles weitere, aber das war so ein Nugget, was ich dir gerne mitgeben kann. Und was ich auch noch absolut faszinierend fand, dieser Tony Robbins vier Stunden durchgepowert hat und 16'000 Leute an seinen Lippen gehangen haben und er so wirklich das Publikum fast wie gesteuert hat. Das war richtig, richtig cool, das zu sehen. Also das war, ja, es war sehr, sehr beeindruckend. Einen anderen Speaker, wenn ich den mal so rauspicke hier, du kennst sicher das Kaffee am Rande der Welt von John Srelecki. John Srelecki hat schon letztes Jahr einen Vortrag gehalten, dieses Jahr wieder. Dieses Jahr war ein bisschen ein anderes Thema dran. Und was ich da so mitgenommen habe, ist so, was er gesagt hat, ja, eben, dass man nicht nur sich auf die grossen Ziele fokussieren soll, sondern auf die grossen Dinge, sondern eben, dass man auch die kleinen Dinge annimmt, so wie die grossen. Und dass viele grosse Ziele und grosse Dinge mit ganz kleinen Sachen anfangen. Und das war so, das Learning Nummer drei, war so für mich eben, was er so gesagt hat, ja, er hat sich gesagt, okay, er hat noch so einen Spruch gemacht, wenn er sich so mit Tony Robbins vergleicht, der halt richtig so, wie ein Profi-Hockeyspieler aussieht, so ein richtiger Kasten ist. Und der John Srelecki nebendran mit seinem Safari-Hut, ein bisschen kleiner, ein bisschen schmaler, hat er gesagt, ja, weisst du was, anstatt mich jetzt da zu sagen, ich werde so ein richtiger Bodybuilder, was ein grosses Ziel wäre, also ein fitter, breiter Kasten, was das grosse Ziel wäre, sich zu überlegen, okay, was wäre denn etwas Kleines, wo man starten könnte. Und dann hat er so die Geschichte erzählt, dass er einfach gesagt hat, nee, ich mache jetzt einfach Liegestütze. Ich fange mal an mit fünf, dann mit zehn. Und dann nach zwei Monaten hat er gemerkt, hey, das hat einen riesen Impact gehabt, so jeden Tag ein paar Liegestütze zu machen. Dann hat er eine bessere Haltung. Nach zwei Monaten waren plötzlich Muskeln da, die vorher noch nicht da waren. Dann nach dem dritten Monat hat er sich sogar dann gemerkt, dass er doch so eine Rudermaschine gekauft hat, die er nie benutzt hat. Und dann hat er plötzlich angefangen zu rudern. Dann hat er also gerudert und Liegestütze gemacht. Und dann hat er gesagt, weisst du was, ich stelle mir so eine Yogamatte vor dem Büro. Und jedes Mal, wenn ich die dann sehe, dann mache ich meine Liegestütze. Und so hat er es geschafft, mit einer kleinen Veränderung im Leben etwas Grosses zu erreichen. Weil das grosse Ziel ist da, sportlich zu sein, gesund zu sein. Und angefangen hat es alles mit ganz, ganz kleinen Liegestützen. Und was ich da, die Transfer sozusagen das Learning ist für Verhandeln. Es gibt viele Menschen, die sagen, ja, mit Verhandlungen habe ich nichts zu tun. Wenn du diesen Podcast schon lange hörst, dann weisst du, dass das absoluter Bullshit ist, weil wir jeden Tag x-mal verhandeln. Es gibt andere, die sagen, ja, ich habe da noch ein Training dazu gemacht, ich kann nicht verhandeln, das ist schwierig, da braucht man ein Talent dafür. Dann nimm dir jetzt dieses Beispiel. Ja, Liegestütze bringen dir jetzt nicht viel für die Verhandlung, ausser es hat einen positiven Effekt auf die Körperhaltung. Aber wenn du jetzt im kleinen Umfeld, jetzt nehmen wir das Beispiel von den Liegestützen, ein paar Liegestütze heisst vielleicht, aufs Verhandeln bezogen, einfach mal Nein zu sagen, zwar bei kleinen Sachen, mal die Forderungen ein bisschen zu erhöhen, mal auf ein kleines Meeting sich darauf vorzubereiten, mal eine Taktik auszuprobieren von meinem Buch oder vom Podcast hier, den du hörst. Einfach mal in einem kleinen Umfeld was auszuprobieren, was du noch nie gemacht hast. Also was könnte denn so deine mentale Liegestütze sein bei einem nächsten Gespräch, bei einem nächsten Meeting, beim nächsten Mal zu Hause am Küchentisch, was könntest du mal tun, welche Taktik könntest du mal anwenden, wo könntest du denn Liegestütze machen, um im Verhandeln besser zu werden. Weil wenn du das immer wieder machst, dann passiert es dann plötzlich, dass du merkst, hey, das funktioniert. Das hat einen positiven Effekt auf deinen Zustand, auf deinen State. Und wenn du das lange genug machst, dann wirst du halt immer, immer wie besser. Und dann wirst du halt auch ein erfolgreicher Verhandler, eine erfolgreiche Verhandlerin. Also das, dieses Beispiel mal im Kleinen anzufangen und nicht immer zu denken, ja, ich brauche jetzt, ich will meinen Gehalt verdoppeln oder die Preise verdoppeln von heute auf morgen. Das funktioniert meistens nicht, sondern so im Kleinen, im Kleinen eine Veränderung zu machen und zu trainieren, zu trainieren, zu trainieren und dann kommen die grossen Ziele von selbst. Und so, das waren so meine zwei Speaker. Ich habe da noch x Notizen, ich scrolle hier runter und runter und runter. Es ist unglaublich, wie viel ich mitgenommen habe. Und ich möchte dir noch so einen Punkt mitgeben, was mein persönliches Highlight war. Also der, sag mal so, der Headliner vom ganzen Festival war Tony Robbins, Tobias Beck war auch auf der Bühne, genialer Vortrag, John Srelecki, sehr viele, sehr viele gute Vorträge. Richard David Precht hat einen super Vortrag gehalten. Philipp Müller war genial, Miriam Höller, Dieter Lange, fantastische Speeches gemacht. Und dann kam wirklich so, mein Highlight war am zweiten Tag. Und das war so die grösste Überraschung vom ganzen Festival. Und wenn ich jetzt daran denke, ich kriege Hühnerhaut. Also ich bin wirklich hier, habe meine Ellbogen hier auf dem Tisch aufgestellt unter dem Mikrofon und ich kriege Hühner, also ich kriege so richtige Hühnerhaut, Gänsehaut. Also es schüttelt mich gerade, weil dieser Vortrag, das war wirklich in meinem Leben, ich habe schon so viele Vorträge gesehen, das war einer der besten Vorträge in meinem Leben, den ich gehört habe. Und das war vom Speaker Oliver Brünner. Brünner mit, wie Brunner, einfach mit Ü. Und der Oliver Brünner war der zweitletzte Speaker vom Festival und ich glaube, wenn man so die Feedback sieht, auch auf Social Media und so weiter, ich glaube, der Oliver Brünner ist die Überraschung vom gesamten Festival. Der Oliver kam auf die Bühne, wir haben ihn so links und rechts angeschaut, so zweitletzter Speaker und so gedacht, du, kennst du den? Nein, kennst du den? Also schon mal so, der, ja, schon mal so, der Underdog. Also es war wirklich auf dieser Bühne so der Name, auf der grossen Bühne, der, ich würde mal sagen, am wenigsten bekannt war, jetzt einer breiten Masse. Und dann kam der raus und hat schon nach zwei Sätzen gab es Standing Ovation. Das war unglaublich. Erst rausgekommen ist, google den mal, geh mal auf YouTube, schau dir mal so einen Vortrag an von ihm. Du siehst, er ist körperlich beeinträchtigt, er hatte damals eine schwierige Geburt und was mir so krass war, er hat so seine Geschichte erzählt und was du so mitnehmen kannst und ich finde es unglaublich, dass er mit dem, was er, ja, mit dem, was er gekriegt hat, was er aus dem gemacht hat. Weil, sehr oft passieren Sachen im Leben oder manchmal haben wir, ja, haben wir Schicksalsschläge und so weiter oder es, ja, es gibt halt vielleicht, was das eine Talent hast du nicht, der andere kann besser das und so weiter. Auch da wieder Fokus, auf was konzentrierst du dich, auf das, was du nicht hast oder das, was du, ja, was du daraus machen kannst. Oder Mirjam Höller hat das auch sehr schön gesagt, ähm, frage nicht, warum passiert das, sondern wofür? Was kann ich denn da Positives rausnehmen? Und der Oliver Brünner hat uns so seine Story erzählt, ähm, war dann auch irgendwo mal, äh, glaube ich, ähm, ja, hat man ihn so in ein Kinderheim gesteckt, in, dann in ein, in ein Behindertenheim, hat das damals noch geheissen, gesteckt. Und, ähm, dann ist er rausgegangen, er wollte von da weggehen und dann erzählt er so die Geschichte, wie er, wie das geschafft hat. Er hat sich also gefragt, wie komme ich hier raus? Okay, er brauchte, glaube ich, drei, genau, drei Abmahnungen vom Direktor und dann hat er sich einfach geschaut, so wie kann ich hier möglichst Ärger machen in diesem, in diesem Heim, damit die mich rausschmeissen. Das hat er dann erfolgreich geschafft und, ähm, dann hat er noch so gesagt, dass die Leute vom, vom Heim, dass da der Direktor gesagt hat, wenn du hier, ähm, wenn du hier rausgehst, rausgeschmissen wirst, dann landest du in der Gosse. Und, äh, und er hat als Antwort gesagt, hey, wenn ich in einer Gosse lande und am Boden bin, dann nur, wenn es meine eigene Gosse ist, wenn es meine eigene Strasse ist. Und es ist unglaublich, was der Typ für ein Mindset hat, was der für eine Energie hat. Und heute ist er glücklicher, x-facher Familienvater, hat ein grossartiges Unternehmen und, äh, ist Trainer und Speaker bei sehr, sehr, sehr grossen Unternehmen, also hat unglaubliche Karriere hingelegt. Und, ähm, ja, er war am Abend auch noch auf der Party, hat er dann mit seiner Tochter da getanzt, zum, äh, zur Aftershow-Party. Also, es war, war unglaublich berührend. Und, was krass war, einfach so sein Spruch, am Schluss, was er immer wieder gesagt hat, ist so, if you can dream it, you can do it. Und dann hat er so erzählt, wie er sich eben so, äh, ein Ziel gesetzt hat, einen Halbmarathon zu laufen, obwohl er sehr grosse Mühe hat, was er gemacht hat. Er hat sich so die, die ganze Zeit die Videos angeschaut von den Top-Marathon-Läufern und hat sich die Videos angeschaut und hat dann trainiert, ist immer wieder aufs Laufband drauf und, äh, irgendwann haben die Beine das gemacht, was er quasi sich körperlich, also mental immer wieder vorgestellt hat, wie er das trainiert hat. Und dann hat er den Halbmarathon geschafft und das war ein 18-Minuten-Vortrag. Die Leute links und rechts von mir, die haben gelacht, geweint, ich selber auch, x-mal in 18 Minuten so vielmal den emotionalen Zustand geändert. Das war eine Achterbahnfahrt, sondergleichen. Das ganze Stadion hat geheult, Tränen sind geflossen, die Bilder, das war Wahnsinn. Und dann ist sowas passiert, das noch nie, also ich habe das noch nie gesehen. Der Oliver Brünner ist ab der Bühne runter und dann haben die Leute angefangen, Zugabe zu rufen. Also nicht bei einer Band, wo es so, die Musik spielt, sondern die haben Zugabe gerufen für den Speaker. Und er kam dann nochmals rauf auf die Bühne, hat dann nochmals eben zwei, drei Sachen gesagt, auch eben nochmals, if you can dream it, you can do it. Und er hat eine Zugabe gekriegt. Also es war Wahnsinn, also Wahnsinn. Also ich habe Gänsehaut am ganzen Körper, ich spüre das immer noch, diese Energie. Und das ist Wahnsinn, was du mental mit deinen Gedanken, mit deiner Einstellung erreichen kannst, was das für einen positiven Effekt auf dein Leben hat. Und einfach mal loszulegen und aufhören zu jammern, warum das dieses nicht geht und das nicht geht. Und warum jetzt der andere auf der anderen Seite vom Verhandlungstisch am längeren Hebel sitzt. und was will ich denn tun und so weiter. So dieses ganze Jammern. Also das war, das war wirklich, wirklich fantastisch, dieser Speech. Genau. Also das waren so meine Highlights, meine Learnings, Thema Networking, dann Tony Robbins, wie du so quasi mit der Physiologie und dem Fokus, so deinen Zustand beeinflussen kannst, was sehr, sehr wichtig ist, auch in den Verhandlungen. dann John Strzelecki, mit den kleinen Dingen anfangen, damit man Grosses erreichen kann und dann mein Highlight vom Festival Oliver Brünner, if you can dream it, you can do it, dass es an dir liegt und dass du mit deiner Einstellung, deinen Gedanken so viel erreichen kannst. Es gab noch viele andere Vorträge, viele andere Learnings, ja nicht nur in Bezug jetzt eben auf Verhandeln, ich denke, ich mache mal noch eine Sonderfolge dazu, vor allem, was so die ganze Weltveränderungen jetzt gerade, was momentan gerade passiert. Ich interessiere mich sehr für Technologie, aber da mache ich dann mal was, eine separate Folge dazu. Hey, yes, ich hoffe, du hast einiges mitnehmen können, du bist vielleicht selbst da gewesen, wenn du selbst da gewesen bist, im Greater, vernetze dich doch mit mir auf Instagram oder LinkedIn, schreib mir mal deine Highlights, was hast du erlebt am Festival, was waren so deine Highlights, war auch, ja, welcher Keynote hat dich bewegt, was hast du mitgenommen für dich, dein Leben und dein Business und ja, lass uns doch vernetzen über LinkedIn oder Instagram. Wenn du selber, jetzt zum Thema Festival, wenn du selber mal so ein Tagesseminar mitnehmen, also mit teilnehmen willst, an einem Event teilnehmen willst, dann schreib mir auf LinkedIn oder Instagram das Wort Event und dann schick dir den Link zu für mein Event, was dieses Jahr im Herbst stattfinden wird. Ich werde auch nächstes Jahr mehrere Events veranstalten, wo du dann das Thema erfolgreich verhandeln, direkt von mir lernen kannst. Ich habe da einiges geplant und wenn du da dabei sein willst, das erste Event wird am 28. Oktober in Bern stattfinden, nächstes Jahr wird es an mehreren Städten stattfinden. Das ist schon einiges in Planung. Die Agenda intern, die steht schon, aber das wird dann zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Schick mir einfach eine Nachricht mit dem Wort Event auf LinkedIn oder auf Instagram und dann schicke ich dir den aktuellen Link zu. Yes, schön warst du heute wieder dabei. Diese Woche ist noch Fokus Sommer bei mir. viele Besuche von der Familie und so weiter. Ich feiere noch meinen Geburtstag diese Woche und dann wird es dann ab nächster Woche wieder, ja, geht es dann wieder los. Vollgas in die zweite Jahreshälfte. Hey, ich wünsche dir wunderbare Sommerferien. Schön, dass du diesen Podcast auch in den Ferien dir anhörst, weil das heisst, dass du dich weiterentwickeln willst. Dein Level, dein Gehalt, deine Preise, deine Verhandlungsfertigkeiten so quasi weiterentwickeln willst und das finde ich fantastisch. Nimm Punkte mit aus diesem Podcast und was mir immer wichtig ist, setz die auch um und egal, ob das am Strand ist, beim Strandverkäufer oder ob das dann im Office ist oder in Verhandlungen mit Kunden oder Lieferanten, setz das um, weil nur wer umsetzt, ins Machen kommt, der verändert wirklich was. Hey, schön warst du heute wieder dabei beim Erfolgrechen vor allem Podcast. Ich bin dein Host, Friedrich Mattier und bis zum nächsten Mal. Ich bin dein Job. Vielen Dank.